In den Appenzellerbergen leben die Menschen seit jeher eng verbunden mit der Natur, die ihnen zahlreiche Geheimnisse offenbart. Ziegenmolke und Jakobsquellwasser spenden Feuchtigkeit, wirken zellerneuernd und stärken den Säureschutzmantel der Haut. Vitamine, Mineralstoffe und das natürliche Q10 der Ziegenmolke aktiviert von dem Kraftwasser der Jakobsquelle in einer einzigartigen Hautpflegeserie. Albert Koch war es, der dieses Wissen für die moderne Hautpflege wiederentdeckte. Jakobuswasser mit Appenzellergasmolken gibt Kraft und Schönheit. Mein Ledibell. Ledibell, eine Quelle reiner Schönheit und Energie.